Die Geschichte von Bugatti ist eine Geschichte von Erfolg und Tragödie. Um das zu verstehen, müssen wir ein Jahrhundert zurückgehen, in den Keller eines Wohnhauses in Deutschland. Ettore Bugatti war gerade mit dem Bau seines Automobils fertig geworden, als er beschloss, seinen Job hinzuschmeißen und sein eigenes Unternehmen in Frankreich zu gründen. In den folgenden Jahren entwickelte er einige der schnellsten und luxuriösesten Autos unter seinem Namen und wurde zu einem der besten Ingenieure seiner Zeit. Doch trotz seines Erfolges brach alles über Nacht zusammen, als Ettore gezwungen war, seine Firma aufzugeben, ohne zu wissen, was aus dem Unternehmen Bugatti einmal werden wird. Ettore Bugatti wurde am 15. September 1881 in Mailand, Italien, geboren. Er wuchs in einer wohlhabenden Familie auf. Sein Vater Carlo Bugatti war ein international anerkannter Möbel- und Schmuckdesigner. Sein Großvater war ein berühmter Architekt und Bildhauer. Die Leidenschaft und das Talent für Kunst waren in der Familie tief verwurzelt und wurden an Ettores jüngeren Bruder Rembrandt weitergegeben. Rembrandt war drei Jahre jünger als Ettore. Aber er war bereits ein hervorragender Bildhauer, sogar noch besser als sein älterer Bruder. Viele Historiker glauben, dass Rembrandts Begabung der Grund dafür war, dass Ettore nicht Bildhauer wurde und nicht in die Fußstapfen seiner Familie trat. Das künstlerische Erbe sollte sich jedoch auf eine andere Weise entfalten. Schon in jungen Jahren war klar, dass Ettore ein geborenes Ingenieurstalent war. Er war so begabt, dass er auch ohne jegliche Ausbildung bereits komplizierte Konzepte erlernte. Im Alter von 16 Jahren reparierte Ettore vor den Augen seines Vaters mit Leichtigkeit ein kaputtes Dreirad. Carlo erkannte sofort das Talent seines Sohnes und ermutigte Ettore, eine Leerstelle bei Prinetti und Staki anzunehmen. Einer Fabrik, die zu jener Zeit für die Herstellung von Nähmaschinen und Fahrrädern sehr bekannt war. Ettore willigte ein und wurde mit 17 Jahren in der Fabrik eingestellt. Ein Jahr später entwarf Ettore sein eigenes motorisiertes Dreirad, während er an einem Rennen von Paris nach Bordeaux teilnahm. Das motorisierte Dreirad wurde von zwei Motoren angetrieben, die von de Dion hergestellt wurden. Ettore in der Firma arbeiten zu lassen, war eine großartige Idee, die ihm die Augen für eine ganz neue Welt öffnen sollte. Hier fand Ettore seine Berufung. Im Jahr 1900, im Alter von 19 Jahren, verlässt Ettore die Firma und macht sich auf den Weg, sein eigenes Automobil zu erschaffen. Er war von Natur aus ein Perfektionist und zeichnete jedes einzelne Detail seines Entwurfs, vom Motor bis zu den Karosserieteilen des Automobils. Er überwachte auch die Herstellung aller Teile, die beim Bau seines Autos verwendet wurden. Er war ein sehr präziser arbeitender Mann, detailliert und mathematisch. So sehr, dass einige seiner Entwürfe selbst für die etabliertesten Ingenieure seiner Zeit zu komplex erschienen. Sein Talent erregte schließlich die Aufmerksamkeit des Unternehmens de Dietrich, das sowohl in Frankreich als auch in Deutschland Fabriken betrieb. Ettore wurde häufig von der Firma beauftragt, Fahrzeuge zu entwerfen und zu bauen. Trotz seines jungen Alters erhielt er seinen ersten professionellen Auftrag, als er gerade 19 Jahre alt war. Da er noch so jung war, musste sein Vater den Vertrag für ihn mit unterschreiben. Für diesen Job musste Ettore von seinem Geburtsort Mailand nach Niederbronn-les-Bains in Deutschland umziehen. Dort arbeitete er einige Jahre lang, lernte mehr über sein Handwerk, entwickelte Automobile und nahm sogar an Autorennen teil. 1903 baute er sein zweites Auto für das Paris-Madrid-Rennen. Aber dieses Auto war seiner Zeit so weit voraus, dass es nicht einmal zum Rennen zugelassen wurde. Ettore setzte sowohl den Fahrer als auch den Motor tief in das Chassis des Wagens, weil er überzeugt war, dass dies am besten für den Schwerpunkt und die Aerodynamik sein würde. Alle anderen fanden das allerdings seltsam. Immerhin waren alle anderen Autokonstrukteure zu dieser Zeit der Meinung, dass eine höhere Sitzposition der richtige Weg gewesen sei. Doch schon bald sollte sich diese Sitzposition bei Rennwagen durchsetzen. 1906 beschloss Ettore, dass es an der Zeit war, de Dietrich zu verlassen. Zu dieser Zeit wurden die Automobile dieser Ära in Einzelanfertigung von hochqualifizierten Handwerkern gebaut. Sie waren daher sehr teuer und wurden in der Regel nur von sehr wohlhabenden Menschen gekauft. Die meiste Zeit wurden die Autos für Rennen verwendet, die sich in Europa und Amerika schnell zu einem beliebten Sport entwickelten. 1907 lernte Ettore, Barbara Giuseppina Mascapa kennen, die später seine Frau wurde. Im selben Jahr unterzeichnete Ettore einen langjährigen Vertrag mit dem Motorenhersteller Deutz in Köln. Während seiner Zeit bei Deutz baute Ettore größere und schwerere Motoren für das Unternehmen, was zu dieser Zeit die Norm war. Zu diesem Zeitpunkt hatte er jedoch bereits seine eigenen Ideen für den Bau von Motoren entwickelt, die in direktem Widerspruch zu den damaligen Standards standen. Ettore war davon überzeugt, dass es sehr wohl möglich war, ein extrem leichtes Fahrzeug zu bauen, das sowohl klein als auch leicht sein würde. Und dass ein solches Auto andere Autos mit viel größeren Motoren deutlich übertreffen würde. Um dies zu erreichen, begann er im Keller seines Hauses mit der Arbeit an einem neuen Automobil, das als erstes den Namen Bugatti tragen sollte, der Bugatti Typ 10. Der Typ 10 wurde schließlich 1909 fertiggestellt. Das Ergebnis war ein 1,2 Liter Vierzylinder-Motor, der nur 365 Kilogramm wog. Der Zweisitzer erreichte eine Höchstgeschwindigkeit von 80 Kilometern pro Stunde, was für die damalige Zeit eine unglaubliche Leistung war. Er beschloss, seinen Job zu kündigen und fuhr mit seinem neu gebauten Auto ins elsässische Molsheim, wo er seine eigene Firma, die Automobils Ettore Bugatti, gründete. Ettore war einer der ersten, der Rennwettbewerber als Plattform nutzte, um die Fähigkeiten seiner Autos zu demonstrieren. Dies vor einem großen Publikum zu tun, trug dazu bei, seine Popularität als einer der besten Autokonstrukteure des Landes zu verstärken. Diese Praxis wurde bald zur Norm in der Autoindustrie. 1909 war ein bedeutendes Jahr in Bugattis Leben und eines seiner glücklichsten. Es war das Jahr, in dem er den Typ 10 fertigstellte, seine Firma gründete und vor allem seinen ersten Sohn, Jean Bugatti, auf die Welt brachte. Obwohl der Bugatti Typ 10 ein brillantes Auto und seiner Zeit weit voraus war, sah Ettore Raum für noch größere Verbesserungen. Der Typ 10 sollte als Prototyp für eines der beliebtesten Autos der Automobilindustrie dienen, den Typ 13. Bugatti verbesserte die Konstruktion seines Vorgängers, indem er Blattfedern an der Hinterachse einbaute und vier Ventile pro Zylinder verwendete, um einen Zylinderkopf mit 16 Ventilen zu erschaffen. Das bedeutete, dass der neue Typ 13 eine ausreichende Leistung von 30 PS hatte, um das 300 Kilogramm schwere Chassis anzutreiben. Bugatti belegte mit seinem neuen Automobil einen respektablen zweiten Platz beim französischen Grand Prix 1911 und festigte damit Bugattis Namen als einer der besten Autokonstrukteure der Welt. Bugatti arbeitete weiter an anderen Modellen, die auf der gleichen Motorenkonstruktion wie der Typ 13 basierten. Bis zum Typ 23. Doch als der Erste Weltkrieg ausbrach, stand die ganze Welt still und damit auch die Produktion seiner Autos. Nachdem er gesehen hatte, dass der Krieg anderthalb Jahre andauerte, hatte Ettore keine andere Wahl, als zurück nach Mailand und dann nach Paris zu ziehen, wo er zwischen 1915 und 1916 mit den Brüdern Düsenberg zusammenarbeitete. Er stellte den eindrucksvollen U16-Motor vor, der im Wesentlichen aus zwei geradlinigen Motoren bestand, die sich ein Kurbelgehäuse teilten, und nannte ihn Bugatti U16. Der U16 selbst war nicht besonders erfolgreich, aber er veranlasste sowohl Bugatti als auch die Brüder Düsenberg dazu, den Motor mit oben liegender Nockenwelle und den Reihen-Achtzylinder zu konstruieren. Nach Kriegsende zog Ettore Bugatti zurück nach Molsheim, das inzwischen französisches Territorium geworden war. Er setzte dort den Bau leichter Sportwagen fort. Er konstruierte den Typ 13 mit einem Mehrventilmotor. Sein neues Auto bescherte ihm Siege bei den Lehmannsrennen 1920. 1921 siegte das Auto in Brescia und gewann danach noch drei weitere Male. Schon bald wurde das Auto als Bugatti Typ 13 Brescia bekannt. Die Siegesserie hielt bis 1925 an. Zu diesem Zeitpunkt hatten seine Automobile über 400 Siegeerrungen. 2000 Prototypen des Bugatti Typ 13 Brescia wurden bis 1926 gebaut. Damit wurde er zu einem der erfolgreichsten Bugatti-Fahrzeuge, die je gebaut wurden. 1924 präsentierte Ettore seinen Bugatti Typ 35 beim Grand Prix in Lyon. Sein neues Fahrzeug wurde schnell zum erfolgreichsten Rennwagen von Bugatti und gewann über 1000 Rennen während seiner Laufbahn. Die Rennerfolge von Bugatti hielten bis weit in die 1930er Jahre an. Am bemerkenswertesten sind die beiden erstaunlichen Siege bei den 24 Stunden von Lehmanns in den Jahren 1937 und 1939. Das letztgenannte Rennen wurde von einem Rennfahrer gewonnen, der später zum Begriff für den Automobilhersteller werden sollte, Pierre Véron. Nachdem er mit verschiedenen Rennautos experimentiert hatte, beschlossen Ettore und sein erster Sohn Jean Bugatti, in die automobile Luxusbranche einzusteigen. Sie begannen, gemeinsam an einem neuen Fahrzeug zu arbeiten. Im Jahr 1926 entstand der erste Luxuswagen von Bugatti, der Bugatti Royal Typ 41. Der Typ 41 war das Produkt von Ettore's Brilliance und seiner technischen Meisterleistung, die sich auf die gesamte Automobilentwicklung und darüber hinaus erstreckte. Zu dieser Zeit war er das längste und luxuriöseste Automobil, das jemals auf der Welt gebaut wurde. Bugatti war bei der Auswahl seiner Kunden für den Typ 41 sehr anspruchsvoll. Und nur die vornehmsten Kunden der damaligen Zeit durften den Wagen kaufen. Darunter Könige und aristokratische Herren. Und deshalb wurde der Typ 41 als Bugatti Royal bekannt. Während die Einführung des Royal Bugatti zu größerer Bekanntheit verhalf, drohte ein massiver Wandel in der Weltwirtschaft, dass das Unternehmen von Ettore bald in die Knie zwingen würde. Drei Jahre nach der Einführung des Royal erlebte Amerika die große Depression. Dieser wirtschaftliche Absturz wirkte sich auch auf andere Wirtschaftssysteme der Welt aus. Die Verkaufszahlen des erfolgreichen Royal brachen ein. Die Finanzen des Unternehmens gerieten stark in ernsthafte Schwierigkeiten, so sehr, dass sie fast bankrott gingen. Mitte der 1930er Jahre wandte sich die französische Regierung an Bugatti mit der Bitte, nach ihren Plänen Schienenfahrzeuge zu entwerfen und herzustellen. Da Bugatti keine andere Wahl hatte und sein Unternehmen am Rande des Bankrotts stand, nahm er das Angebot an. Er half der französischen Regierung, 80 erfolgreiche Bugatti Schienenfahrzeuge zu entwerfen, die ihm verhalfen, die große Krise zu überwinden und sein Unternehmen vor dem Bankrott zu retten. Doch gerade als sich die Lage für Bugatti zu bessern begann, kam es zu einem Streik im Bugatti-Werk im französischen Molsheim. Die Arbeiter forderten höhere Löhne und bessere Arbeitsbedingungen. Ettore weigerte sich zunächst, doch schließlich gab er nach und beugte sich ihren Forderungen. Dies führte zu einem großen Misstrauen zwischen Ettore und seinen Mitarbeitern, das nie ganz überwunden werden konnte. Im Laufe der Jahre machte sich Ettore Bugatti in der ganzen Welt einen Namen als einer der größten Konstrukteure seiner Zeit. Er baute Boote, Flugzeugmotoren und Schnellzüge, die über 100 Kilometer pro Stunde fahren konnten. Ettore fand in seinem Sohn Jean einen großartigen Partner. Jean war ein leidenschaftlicher Ingenieur und ebenso brillant wie sein Vater. Ettore überließ Jean die Leitung des Bugatti-Werks. Dank Jeans Einfallsreichtum entstanden neue Bugatti-Modelle, die die ganze Welt faszinierten. Modelle wie der berühmte Atlantic, der Majestic Royale und der Typ 57, der 1937 und 1939 bei dem 24-Stunden-Rennen von Lehmanns antrat und gewann. Er war der Traum eines jeden Vaters und der perfekte Nachfolger von Ettore. Zu dieser Zeit lief alles gut für Bugatti. Aber ein einziger Augenblick kann den Lauf eines ganzen Lebens verändern. Und genau das ist Ettore passiert. Im Juni 1939 hatte Bugatti gerade das Lehmannsrennen gewonnen, zum zweiten Mal in vier Jahren mit dem Typ 57. Zwei Monate später organisierte Jean Bugatti eine Testfahrt mit dem Wagen. Er setzte sich hinter das Lenkrad, wie er es schon oft getan hatte, als plötzlich ein Radfahrer aus dem Nichts auftauchte. Bei dem Versuch, dem Radfahrer auszuweichen, schleuderte Jean das Fahrzeug zur Seite und prallte gegen einen Baum, wo er auf der Stelle starb. Ettore brach in Tränen aus, als er die traurige Nachricht hörte. Sein jüngerer Bruder Rembrandt hatte vor Jahren, während des Ersten Weltkriegs, Selbstmord begangen, und nun hat er auch noch seinen Lieblingsjungen, seinen perfekten Sohn verloren. Die Lage spitzte sich zu, als die deutsche Armee ins Elsass einmarschierte und die Bugatti-Werke besetzte, nur drei Wochen nach dem Verlust von Jean. Ettore hatte die Bedrohung vorher gesehen und einen Großteil der Maschinen nach Bordeaux verlagert. Aber das reichte nicht, die Deutschen fanden ihn und verlangten von ihm, dass er mit ihnen zusammenarbeitet und Torpedos und Autos für die deutsche Armee produzieren sollte. Doch, er weigerte sich. Ettore war inzwischen auch hochverschuldet, und so stimmte er schweren Herzens zu, das Unternehmen und seine Maschinen für eine Summe zu verkaufen, die weniger als 50 Prozent des Wertes betrug. Bugatti floh mit seiner Familie nach Paris und versuchte, seinen Schmerz hinter sich zu lassen, und konstruierte Flugmotoren und Torpedoboote. Aber nichts davon funktionierte. Obwohl Bugatti die meiste Zeit seines Lebens in Frankreich lebte, war er Italiener und beantragte nie die französische Staatsbürgerschaft. Als der Krieg zu Ende ging, unterstützte ihn der französische Staat nicht. Und da Italien mit den Deutschen verbündet war, wurde Ettore Bugatti beschuldigt, mit den deutschen Besatzern zu kooperieren. Nach Kriegsende versuchte er sein Unternehmen zurückzubekommen und beschloss, den Staat zu verklagen, was jedoch scheiterte. Noch schlimmer wurde es, als 1944 Ettore's Frau Barbara verstarb. Er befand sich nun am tiefsten Punkt seines Lebens. Er besuchte Molsheim ein letztes Mal und sah seine Fabrik in Trümmern und seine Villa verwahrlost. Inzwischen hatte sich sein Gesundheitszustand rapide verschlechtert. Dennoch gab er nicht auf. Ettore beantragte die französische Staatsbürgerschaft, um sich das, zurückzuholen, was ihm rechtmäßig zustand. 1947, im Alter von 66 Jahren, verschlechterte sich Ettore's Gesundheitszustand immer mehr. Inzwischen hatte er eine Lungenkrankheit und einen schweren Schlaganfall erlitten. In dieser Zeit wurde seine Firma schließlich rehabilitiert. Die gute Nachricht kam für Ettore jedoch zu spät. Denn er hatte eine vollständige Lähmung seiner geistigen Fähigkeiten erlitten. Sein Zustand verschlechterte sich immer mehr. Nur zehn Tage später, nach der Wiedererlangung seines Unternehmens, verstarb Ettore Bugatti. Die überlebenden Mitglieder seiner Familie waren nicht mehr in der Lage, die Produktion seiner Autos fortzuführen. Das Bugatti-Werk musste deshalb wieder geschlossen werden und stand viele Jahre lang still. Die Firma Bugatti produzierte bis zu ihrer Wiedergeburt in den 1980er Jahren nichts Neues mehr. 1987 erwarb ein italienischer Unternehmer namens Romano Atoli das Unternehmen. Fünf Jahre später wurde ein völlig neues Modell, der Bugatti EB110, der Öffentlichkeit vorgestellt. Dieser neue Wagen erreichte eine Spitzengeschwindigkeit von 342 km pro Stunde. Dieses Auto wurde schnell zu einem Phänomen der Automobilindustrie. Die Leistung und das extravagante Aussehen des Wagens begeisterten die Menschen auf der ganzen Welt. Doch leider wurden nur 139 Stück gebaut, bevor Bugatti 1995 aufgrund von falschem Management bankrott ging. Erst als Volkswagen 1998 die Marke Bugatti aufkaufte, wurde die heutige Marke, die wir kennen, wieder ins Leben gerufen. Das neue Unternehmen präsentierte Ende der 90er Jahre auf verschiedenen Automobilausstellungen mehrere Konzeptfahrzeuge. Dann wurde es für die nächsten Jahre ruhig, denn es wurde an einem neuen Fahrzeug gearbeitet. Im Jahr 2005 wurde der Bugatti Veron der Öffentlichkeit vorgestellt und wurde zu einem der angesagtesten Autos der Welt. Es brach den Weltrekord als schnellstes straßentaugliches Serienfahrzeug, das jemals gebaut wurde. Und erreichte eine Spitzengeschwindigkeit von 408 km pro Stunde. Der Veron wurde bis 2015 gebaut und dann durch den Bugatti Chiron ersetzt, ein weiteres Phänomen der Autoszene. 2019 brach das Unternehmen mit dem Bugatti Chiron erneut den Rekord als neues schnellstes straßentaugliches Serienfahrzeug mit unglaublichen 440 km pro Stunde. Dies ist die Geschichte von Bugatti und der Traum eines Mannes, der auch Jahrzehnte nach seinem tragischen Tod immer noch weiterlebt. Falls du mehr solcher Geschichten sehen möchtest, dann lass uns doch gerne ein kostenloses Abo da. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Video.